So, nach der kurzen Pause hier, geht's wieder weiter. Was hast du Achim gesagt? Drei-Kaiser-Stuhl gibt's, was immer da da ist. Ich hoffe, das ist kein Stuhlgang. Parkplatz, Drei-Kaiser-Stuhl geht's hier lang, Achim. Hier geht's raus. Hier steht's aber zum Drei-Kaiser-Stuhl. Das sind nur noch 100 Meter, Achim. Was? Das sind nur noch 100 Meter. Ja, ich glaub... Ja, siehst du. Na, ich wollte eigentlich nur ein bisschen querfeldeinlaufen, weißt du? Ja, diese normalen Wege, die nehmen wir auch nicht mehr auf. Das bringt nichts. Das will kein Schwein sehen. So. Ui. Heu, heu. Boah, geht's runter. Was hast du? 100 Meter. Ja, 100 Meter. Ah, geht schon ganz schön runter, da. Gradualde. Er hat sich echt, äh. Was? Nein. Ja, ich hoffe. Hier sind wieder die Klippen, wieder Klippen. Vielen Dank. Ja, ich dachte, hier würdest du was sehen, aber sieht ja nicht so aus. Oh, hier kannst du dich, hier klettern wahrscheinlich. Hier ist noch ein Haken. Ja, das war's. Ja, ja. Ein paar kleine Felsen. Mal wieder eine Statusmeldung geben, wenn Leute wissen, wo ich bin. Wenn du mich dann hier liegen lässt, weil ich gleich hier abstürze. Alter, halt, ich schüpp mich hier nicht runter. Oh, sieht gut aus hier. Gefällt mir. Das Foto gerade gefällt mir. Was hab ich geschrieben? Sind doch Schuhe kaufen. Andreas Steffmann, ja, ja. Ja, ja. Oh, Andreas ist auch noch mal. Wer heute auch los. Das Bild ist uralter, ehrlich. Ja. 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 Scheiße. Andreas, hör auf zu lügen. Ja. Hör auf zu lügen. Ja. Hör auf zu lügen. Ja. So. Alter. Ich lieg mir dann auf der Fresse, was? Ja. 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 Was ist da? Steht als nächstes auf dem Programm? Punkt 5. Nach dem 3-Kaiser-Stuhlgang. 400 Meter. 400? Königstein. Königstein? Was ist denn? Was haben sie? 100 Meter von hier. Ist doch sowas wie die Königslinde. Wo der Stein dahintransportiert als ein König anwesend war. Mahlzeit. 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 Königsteine. Ja, es ist ja sehrётций版. The терриpolitik ist die Türbskund. Immer klippen. Ja gut,.. Das sind hier halt die Döhrentrupper-Klippen. Guck mal, was der König tut. Königstein. Ja... Königstein.. Lass ihn mir jetzt auch mal wirklich überraschen. Dann ist es schon mal gut, dass heute nicht so machig ist. Können wir nicht mal beklagen hier. Links. Wahrscheinlich jetzt fliegt drüber. Da ist der König, der nach vorne ist. Ähm, ja. Okay, hier ist ein Weg. Ja, und nach dem Kaiserstuhl kommt ein Königstein. Alter, die waren... Ja, ein Baron kommt vielleicht auch noch, oder ein Kurfürst, oder... Ja, das ist ein Insider-Tipp hier, sind nicht so viele. Ja. Naja... Okay. Okay, ja. Das ist dann hier... Die einzige Aussicht ist dann da, aber da stehen die Bäume vor. Hier siehst du nichts. Ja. Ja, komm, Arm, guck mal hier. Ja, weiter jetzt. Ja. Was kommt als nächstes? Die Fünf, die Sechs. Die Sechs kommt. Na, der Fünf kommt die Sechs. Das ist... Wie heißt das? Becker ist Blick. Bocket. Bocket... Bocket-Tal-Wild. Ja, aber... Direkt hier neben. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Dann lass ich die Kamera mal an. Bocket-Tal. Dann gucken wir uns noch das Bocket-Tal an. Ich glaube, je mehr Wanderung man macht und so, desto anspruchsvoller wird man auch. Das ist so. Ja, das ist der Böcke-Talbrück. Ja, da kannst du nicht weitergehen. Ja, guck mal. Dann kommen eher wieder oben. Was? Wahrscheinlich. Oder ist das noch ein weiter. Da hinten ist, glaube ich, da wo die Brücke ist. Äh, da wo die... Da, wo die... So ein weiter. Da steht da auf dem dreckigen Schild. Klettergebiet. Königstein. Naturschutzgebiet. Höchstzahl Besucher. Zehn Personen. Betreten und beklettern auf eigene Gefahr. Markierte Haken. Keinesfalls benutzen. Bitte mit Helm klettern. Okay. Na, das ist aber schon mal... So, Achim, Achim, ich stell hier meine Kamera hin. Ja. Ich wollte noch ein paar Fotos machen. Ja. Ah, hier geht's da runter. Was geht's da runter? Ja, genau. Unterfall nicht geeignet. Genau. Unterfall nicht geeignet. Auf, was geht's jetzt. Achim, ich kann mich nicht sehen, wie wir die weiterhauen. Warte da. Ja. So, da. So, da. So, da. So, da. Ready? Ready. Ready. So, da, da. Ja, da. So, da. Oh, da, da, da. Und die und den Anzug machen, oder? Ja, mach mal, das ist gar nicht so schlecht. Nee, das ist gar nicht so schlecht. Der gehoberste Kante ist viel besser. Und das ist der ganze Effekt. Der Effekt ist der. Unser, unser Fotoexperte. Ja, ja, ja. Ja. Wolltest du warum die auch noch eins machen? Ja. Ja. Ich hab mich noch gar nicht selig drauf vorbereitet. Wusstest du das? Fertig? Du musst doch mal lächeln. Ja, aber wann, wenn ich nicht weiß, wann du loslegst? Alter. Kannst du nur für eine Sekunde lächeln, oder was? Alter Falter, geht ja wohl gar nicht. Da kann ich doch nichts für. Du musst dich halt wen anders vorstellen. Moin. Hallo. Es gibt sogar noch Pilze. Donnerwetter. Es ist ja gar keine Pilzzeit. So. Dann machen wir die Kamera wieder aus. Bis später, Jungs. Ja. 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 Ja.